Vers 20 Prakritim, materielle Natur, Puru-Sham, die Lebewesen, Cha auch, Eva, gewiss, Vidi, du musst wissen, Anadi, ohne Anfang, Ubhau, beide, Api auch, Vicaran, Umwandlungen, Cha auch, Gunan, die drei Erscheinungsweisen der Natur, Cha auch, Eva, gewiss, Vidhi, Wisse, Prakriti, materielle Natur, Sambhavan, erzeugt von. Man sollte verstehen, dass die materielle Natur und die Lebewesen anfanglos sind. Ihre Umwandlungen und die Erscheinungsweisen der Materie sind Produkte der materiellen Natur. Erläuterung. Durch das Wissen, das in diesem Kapitel erklärt wird, kann man den Körper, das Tätigkeitsfeld und den Kenner des Körpers, die individuelle Seele und die Überseele verstehen. Der Körper ist das Tätigkeitsfeld und besteht aus Elementen der materiellen Natur. Die individuelle Seele, die sich im Körper befindet und die Tätigkeiten des Körpers genießt, ist der Purusha, das Lebewesen. Die individuelle Seele ist der eine Kenner des Körpers und der andere ist die Überseele. Natürlich sind sowohl die Überseele wie auch das individuelle Lebewesen verschiedene Manifestationen Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das Lebewesen gehört zur Kategorie seiner Energie und die Überseele gehört zur Kategorie seiner persönlichen Erweiterung. Sowohl die materielle Natur als auch das Lebewesen sind ewig. Das bedeutet, dass sie bereits vor der Schöpfung existierten. Die materielle Manifestation entsteht aus der Energie des höchsten Herrn, ebenso wie die Lebewesen. Aber die Lebewesen gehören zur höheren Energie. Sowohl die Lebewesen als auch die materielle Natur existierten schon, bevor der Kosmos manifestiert wurde. Die materielle Natur ruhte in der höchsten Persönlichkeit Gottes, Mahavishnu, und als es notwendig war, wurde sie durch das Mahat-Tadva manifestiert. Ebenso befinden sich auch die Lebewesen in ihm, und weil sie bedingt sind, weigern sie sich, dem höchsten Herrn zu dienen. Daher ist es ihnen nicht gestattet, in den spirituellen Himmel einzutreten. Aber wenn die materielle Natur wieder ins Dasein tritt, bekommen diese Lebewesen erneut die Möglichkeit, in der materiellen Welt zu handeln und sich darauf vorzubereiten, in die spirituelle Welt zurückzukehren. Das ist das Mysterium der materiellen Schöpfung. Im Grunde ist das Lebewesen ursprünglich ein spirituelles Teilchen des höchsten Herrn. Doch wegen seiner rebellischen Haltung wird es der materiellen Natur unterworfen. Die Frage, wie diese Lebewesen als Teile der höheren Natur des Herrn mit der materiellen Natur in Verbindung kamen, ist nicht wichtig. Die höchste Persönlichkeit Gottes jedoch weiß, wie und warum dies genau geschah. In den Schriften sagt der Herr, dass diejenigen, die sich zur materiellen Natur hingezogen fühlen, einen harten Kampf ums Dasein führen müssen. Aber im Licht der Beschreibung dieser Verse sollte man ohne Zweifel erkennen, dass alle Wandlungen und Einflüsse der materiellen Natur, die durch die drei Erscheinungsweisen hervorgerufen werden, ebenfalls Produkte der materiellen Natur sind. Alle Wandlungen und alle Unterschiede der Lebewesen beziehen sich auf den Körper. Was die spirituelle Natur betrifft, so sind die Lebewesen alle gleich.